hallo ich bin stein und klargeil und wir sind wieder mal bei seven days to die jubb am mittwoch kam leider keine folge ich kann zeitlich nicht dazu eine aufzunehmen dafür möchte ich mich entschuldigen was ich heute noch machen möchte steine klopfen und holzklopfen und und eventuell noch ein paar karten mitnehmen denn ich möchte noch fertig werden und dann schauen wir natürlich was man so noch finden ist irgendwo jemand das ist ein häuschen drin oder ich will jetzt mal schnell na komm komm raus komm raus das sollte eigentlich nicht aber egal na komm komm wir gehen mal wieder passt damit dann schauen wir mal was hier so drin ist bei allen wie für die andere da mit da kommt jetzt alles einfach mal mit und aussortieren kann dann also die heute nicht und in den pauch geschossen okay und daneben genau ja was ist denn jetzt ich weiß ich muss auf den kopf ziehen aber wenn sie so weit weg ist da habe ich dann leicht meine probleme also was brauchen das brauchen wir auf gar keinem fall ähm den hier naja jetzt habe ich schon weggeschmissen so gucken wir mal auf die karte das ist das hier da oben ist ein campingplatz ich glaube da schauen wir mal hin schauen wir mal was wir da vielleicht noch so finden werden ne na das letzte mal habe ich eingemassen gut getroffen und jetzt wird halt gar nichts was ist denn wieder los hier okay das nehmen wir damit dann machen wir hier gleich mal scrap draus ähm okay die brauche ich nicht okay hier und hier das können wir so machen das können wir so machen die nester schauen wir auch was drin ist naja und ich wollte ja na kommen wir jetzt alle her da muss ich mir erst wieder dran kommen dass die ja jetzt so komisch umfallen so kommen wir okay einmal und kommt laut noch naja naja wo ist denn jetzt so komisch umfallen jetzt alle her ok den bauplan hatte ich schon schauen wir mal was ich mit drin oh ich muss auf jeden fall mitnehmen äh okay es war nicht geplant damit nicht aber so dann die zwei anderen bäume denn ich brauche ja nur einiges an holz einiges 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 ok ok naja gut wenn wir schon hier sind dann können wir doch gleich mal unsere taschen mal ausleeren so was haben wir denn hier hier ja hier ein tun wasser kommt hier rein hat das leere glas kommt auch hier rein die anderen sachen schauen wir mal wo wir die hier noch so unterbringen den nehmen wir mal mit federn ok nix das kommt hier ein tun wir die auch hier rein ist egal steine so wo haben wir denn die fässer hier haben wir die fässer ok dann hier kommt noch das hier rein das hier rein papier und das ok gut soll jetzt war nur das hier naja ich hoffe mal dass ich durchkomme ok alter verwalter also irgendwie hier sollte doch anscheinend ein anderes biom sein weil sonst würde doch hier nicht immer das wasser so plätschern egal 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 es soll mich nicht weiter stören super klasse idee das mit dem baum fallen ich wusste gar nicht dass ich nur so wenig lebensenergie noch hat jetzt muss man schauen wo ist denn eigentlich das ist ein ganz schönes stück ich hoffe mal dass sie da einigermaßen durch kommen schau mal eigentlich nicht so schauen wir können auf der straße bleiben ja mehr oder weniger ich nehme jetzt einmal das ganze zeug hier mit papier ok 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 so muss ich glaube hier das stück aber ich kenne zwei ich denke die fahrten ich meine ich hätte jetzt mal weiter hier ein paar sticks ok wie war das man sollte doch eigentlich mit den umfallenden bäumen die zum bestimmen können ich meine richtung räume fallen das leben gefährlich moment zuerst muss ich mal das ding reparieren also richtig viel holz habe ich noch nicht meine schwester ja du musst halt jetzt dann glauben nicht wahr dann kommt man am I going to catch so hier ist doch nur irgendwo irgendwas es ist wieder krabbel heims oder das ach da ist er guck mal herr krabbel heims das ist krabbel hallo ist jetzt oder nicht vielleicht bleibt sehr schön immer so was einmal dann alles mit alles mitnehmen und was haben wir hier noch drin gut hier oben ist anscheinend wenn wir schon hier sind dann nehmen wir dann auch gleich noch mit auf der anderen seite sind auch noch bäume drücken die werde ich auch noch mitnehmen dachte eigentlich dass hier etwas mehr holz ist aber nicht so okay aber dafür sind hier relativ wenig zombies so wie es aussieht da kommt mir nichts an einem set kommst du jetzt hier du warst gerade noch nicht da das letzte mal so gut geschossen und jetzt schluss schütze jetzt kommen sie jetzt alle erst im kleiner zelt raus ok der woche ist die gewicht zu er war verrissen gewaltig verrissen ich glaube ich bin schon wieder voll naja ok der Braum erinnert schauen wir was hier drin ist die 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 ok den Brauern in dem auf jeden Fall mit ok leere Gläser auch im Moment eigentlich nicht den kann man keine mitnehmen ok ok unable to scrap na gut dann machen wir das halt so und dann und dann wissen wir den ah ich jetzt mal nichts zu brauchen aber egal kann man den scrapen ähm fett lassen wir hier nehmen wir das mit da ist nichts drin irgendwo schleicht doch hier ne hm lead trophy ok das scrappen wir und das nehmen wir mit die Nägel was man da braucht kein mensch also ich zumindest nicht hm ähm so haben wir hier noch bottelt oder irgendwo ne ach ach ja ok das eine Bretter ja da losen können egal hm egal egal ok das ist wieder schützen alarm ja ja also na also so dann gucken wir da gleich mal ok das eine Brett kommt mal raus das hier kann man skrippen ok dann ähm stein brauche ich ja auch die sind das die Iron Fragments so ok und dann mal die Bäumchen fallen so was ist jetzt um jup sehr schön ok 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 wo ist der ach da bist saugold was wo ist der und immer bloß bei ist doch natürlich immer dann wieder das ist für mich kann man auch schon das fredden wir das passt das Fleisch braucht kein Mensch dann schauen wir mal ja ich weiß so komm her irgendwie wie schieße ich den heute das ist ja das ist ja Wahnsinn so da unten läuft auch schon wieder irgendjemand drum so wo fällt er hin na super da machte so ein lärm irgendwie kann man das nicht so genau das war mal 50 reicht nicht und du gehst mal auf die Nüsse das nehmen wir auf jeden Fall mit das nehmen wir auf jeden Fall mit da oben sind Steine hier muss ich mir auf jeden Fall auch noch holen ok hier wird es auch für die Bäume das bleibt bloß hier aber ich habe eh keinen Platz mehr wie haben wir denn jetzt ach das ah man kann sich jetzt höheres decken sehr schön richtig da habe ich gar nicht mehr dran gedacht irgendwo ist hier ein Bier okay irgendwo na gut das schmeißt man weg braucht kein Mensch äh fliegender Hause hier seht ihr flying Schwein ein Schwein ein Schwein wo ist er denn da drüben ich hoffe bloß dass er ihn jetzt sieht ok ich gehe dann mal wie ich sehe wir sind schon wieder viel zu lange auf Sendung 22 Minuten schon wieder ja ich werde hier ich werde hier die Folge mal beenden oh oh ähm ja ich sage schon mal danke fürs Zusehen hoffentlich bis zum nächsten Mal macht's gut ein ich weiß boh ich weiß das ist das ist das ist ich glaube Vielen Dank.